Das erste Niederösterreich-Darby in der aktuellen Saison steht vor der Tür. Blau-Weiß empfängt Blau-Gelb. Ein Remis, zuletzt ein Sieg, 13 geschossene Tore. Der Trend des SV Horn zeigt klar nach oben. Das Waldviertel tritt an gegen die Landeshauptstadt. Drei Siege, zuletzt drei Niederlagen. In Horn möchte der SK in St. Pölten zu alter Stärke finden. Mit dem zwölften Mann im Rücken holen wir euch den ersten Heimsieg. Wir benötigen eure Unterstützung. Kommt zu uns ins Stadion. Zwei Heimsiege, Torverhältnis vor heimischem Publikum, 4 zu 1. Am Freitag soll der nächste Sieg gegen den Landesrivalen her. Lieber SK in St. Pölten. Liebe Kollegen aus St. Pölten, das wird ein heißer Kampf. Das wird ein heißer Kampf. Nichts ist unmöglich. Be Baderfit. Freitag nach dem Derbysieg heißt die Landeshauptstadt Horn. Es verhornt gegen SK in St. Pölten. Das Niederösterreich-Tabi in der Waldviertler Volksbank Arena.